3, 6, Einfahrt RS2 nach Bremerhaven, Nähe über Bremerhaven, Anfang 12.40 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 3, 6, Einfahrt RS2 nach Bremerhaven, Nähe über Osterholz, Scharbeck, Abfahrt 12.56 Uhr, Eure circa 5 Minuten, Schwiebel, Vorsicht bei der Einfahrt. Schwiebel, 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 Schwiebel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020